Ja Leute, ich merke mich mal kurz zurück, wie ihr seht, was ist da los, ja, ähm, ich bin im Krankenhaus, ich habe eine eklige Magen-Darm-Grippe war das glaube ich, ja, so eine leichte Entzündung auch vom Blinddarm und Pipapo, äh, will euch nur kurz informieren, dass die Tage jetzt, denke ich mal, keine Videos kommen werden, es tut mir auf jeden Fall leid für euch, ja, aber Gesundheit geht auf jeden Fall erst mal vor, also, da wisst ihr erst mal Bescheid, dass heute kein Video kommt, eventuell Donnerstag, mal schauen, wann ich hier raus bin, und und, ja, gebt ein Däumchen, ja, damit ich ganz schnell wieder gesund bin, und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, hoffentlich wieder gesund, haut rein, euer Shishishmini, peace.